Ich lerne Deutsch. Nummer 9837 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ein starker Charakter zeigt sich in schwierigen Situationen und Herausforderungen. Ein starker Charakter zeigt sich in schwierigen Situationen und Herausforderungen. Die Temperatur im Serverraum ist zu hoch. Wir müssen das ändern. Die Temperatur im Serverraum ist zu hoch. Wir müssen das ändern. Die Temperatur im Serverraum ist zu hoch. Wir müssen das ändern. Als ich heute Morgen aufwachte, hatte ich schreckliche Kopfschmerzen. Als ich heute Morgen aufwachte, hatte ich schreckliche Kopfschmerzen. Als ich heute Morgen aufwachte, hatte ich schreckliche Kopfschmerzen. Gerade ältere Menschen sollten bewusst trinken, da das Durstgefühl mit zunehmendem Alter nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Gerade ältere Menschen sollten bewusst trinken, da das Durstgefühl mit zunehmendem Alter nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Freundschaft bedeutet Vertrauen, Ehrlichkeit und ein offenes Herz füreinander. Freundschaft bedeutet Vertrauen, Ehrlichkeit und ein offenes Herz füreinander. Das ist genau das Smartphone, das ich wollte. Das ist genau das Smartphone, das ich wollte. Das ist genau das Smartphone, das ich wollte. Leider habe ich es nicht in pink bekommen. Ich habe es geschafft, dem Kunden am Telefon unser größtes Vertragspaket zu verkaufen. Damit habe ich mein Monatsziel bereits heute erreicht. Ich habe es geschafft, dem Kunden am Telefon unser größtes Vertragspaket zu verkaufen. Damit habe ich mein Monatsziel bereits heute erreicht. Ich habe es geschafft, dem Kunden am Telefon unser größtes Vertragspaket zu verkaufen. Damit habe ich mein Monatsziel bereits heute erreicht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe es geschafft, dem Kunden am Telefon unser größtes Vertragspaket zu verkaufen.